Hallo miteinander, hier seht ihr der Stanz, noch schneebedeckt. Es ist Sonntag, der dritte März, und es geht nicht mehr zwei Wochen bis zur Brandnacht, die am 16. März stattfindet. Wir sind eigentlich zeitlich gut drinnen. Wir haben die Komposition fertig. Es ist so, dass alle Beteiligten ihre Noten haben. Jetzt geht es eigentlich nur noch ums Üben. Und zwar muss hier Brandnacht-Ensemble noch üben. Mit denen hatten wir noch ein Zwei-Proben. Und dann haben wir einen Brandnacht-Chor. Der Brandnacht-Chor. Dort sind 36 Leute dabei. Und dann haben wir auch zwei Proben gehabt. Und das ist schon mal sehr gut gegangen bis jetzt. Ba bumm, ba bumm, ba bumm, ba bumm, ba bumm, ba bumm, ba bumm. Das ist der Link. Das ist der Link. Ja. 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 Hör uns im Schlaf, und sieh' ganz zahm. Hör uns im Schlaf, und sieh' die Uhr. 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 Und wir wahren ein Leben aufladen. Hör uns im Schlaf, hör uns im Schlaf, hör uns im Schlaf, hör uns im Schlaf. Hör uns im Schlaf.